Das ist, dann bedeutet das, dass man damit bezeugt, dass alles, womit der Prophet Mohammed gekommen ist, die Wahrheit ist. Okay, ihr habt das verstanden und ihr wollt das akzeptieren, ja? Okay, dann sagt ihr das jetzt zusammen. Komm mal etwas hier hin, du da. Sagt ihr das alles, ihr sagt, ist für euch okay, wenn ihr das alle zusammen sagt, ja? Ist einfacher, glaube ich, ne? Hamzulillah. Okay, ich sag's vor, jetzt mit der Abschie Islam anzunehmen, ja? Und wie gesagt, wenn die Schwestern, die neuen Schwestern, erst mal gratuliere ich euch. Und wenn die neuen Schwestern jetzt kommen, dann könnt ihr den erst mal gratulieren, Alhamdulillah. Und natürlich auch der neue Bruder, ja? Nicht, dass der denkt hier, äh, wo ist er? Ach, da! Okay, inshallah, nur weil ich jetzt mit dem Vortag ankommen will, weil ich ein bisschen zu spät gekommen bin, habt ihr sicherlich gemerkt. Inshallah, wie gesagt, mögen wir euch festigen. Und wenn ihr irgendwie Probleme oder so habt, ja, irgendwelche Fragen, dann könnt ihr gerne unsere Seite kontaktieren, www.einlagen-so-paradies.de, okay? Alles okay? Alles okay? Hamzulillah. Okay.